Musik Mein Name ist Heidi Kopetzki, ich bin die stellvertretende Musikschulleiterin und freue mich riesig, dass wir heute mit Natürlich Blond endlich starten können. Herausfordernd ist für uns alle immer die Finanzierung eines solchen Projektes, denn da wird einiges verlangt. Das mag man sich manchmal gar nicht vorstellen, aber das fängt beim Theaterverlag an. Das geht bis hin zur Technik, Kostüme, Ausstattung und natürlich auch unsere 15-köpfige Band, die Coaches. Das sind also viele Kosten, die sich da anhäufen und das ist die eigentliche Herausforderung. Es wäre super, wenn ihr uns unterstützt. Schaut mal auf der Seite von Wiesbaden Crowd nach. Dort gibt es eine tolle Spendenaktion von SW Versorgung. Uns fehlen ungefähr noch 600 Euro und es wäre super, wenn ihr euch daran beteiligen könntet. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.